Bitcoin steht wieder bei 29.000 US-Dollar, steht hier wieder unter Druck und damit natürlich auch der gesamte Markt im roten Bereich. Gleichzeitig sehen wir, dass vor allem Wale jetzt prozentual gesehen vermehrt Bitcoins auf die Börsen schicken und historisch betrachtet ist das natürlich kein gutes Zeichen, das werde ich euch gleich mal näher zeigen. Darüber hinaus werden wir uns einmal anschauen, was die Fundmanager aktuell tun. Da gibt es spannende Umfrageergebnisse und die deuten auch auf die aktuelle Wirtschaftslage hin. Da habe ich auch noch weitere Daten, wo wir das Gesamte auch nochmal in unseren Gameplan einordnen. Auch die Liquidierungsdaten, zukünftigen erwarteten Liquidierungsdaten werde ich euch einmal zeigen. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Blicken wir zunächst einmal auf den Markt. Ethereum wieder unter der 2.000 US-Dollar-Marke. Die Marktkapitalisierung bei über 1,2 Billionen US-Dollar noch. Die Bitcoin-Dominanz bei 44,5% und vor allem die Altcoins, die in den letzten Tagen bei der Erholung besonders gut performen konnten, wie zum Beispiel ADA, die verlieren jetzt wieder ordentlich an Boden. Der Abwärtstrend, so scheint es, ist vielleicht noch nicht zu Ende. Da werden wir natürlich gleich auch im Chart nochmal drüber sprechen, wie ich die aktuelle Lage einschätze. Aber dadurch, dass jetzt Bitcoin wieder nach unten abverkauft wird, werden natürlich auch alle anderen Altcoins jetzt hier wieder mit nach unten gerissen. Und bei Bitcoin, wie gesagt, schauen wir uns das gleich im Chart näher an. In den letzten Tagen gab es dann noch ein Update zu den Reserven der Luna Foundation. Da haben wir ja noch im letzten Video drüber gesprochen und ich habe euch einmal aufgezeigt, wo die Gelder hingeflossen sind. Wir haben darüber spekuliert, ob das jetzt Ganze verkauft worden ist oder nicht. Jetzt gibt es ein offizielles Statement, aber ich habe es hier auch auf Twitter schon geschrieben, dass das natürlich nicht hundertprozentig verifizierbar ist. Man kann nicht genau sagen, wurde das jetzt hier schon verkauft oder sind das einfach Aussagen von der Luna Foundation. Und es stimmt eigentlich nicht, aber nach offiziellen Aussagen besitzen sie noch 313 Bitcoin, also 80.000 Bitcoin verbrannt. Die beiden Token nicht retten können und die Bestände verloren. 40.000 BNB, knapp 2 Millionen AVAX, 1,8 Milliarden USD und 222.000 Luna. Davon sind 221.000 bei den Validatoren im Staking. Wenn man diesen Aussagen trauen möchte, dann kann man davon ausgehen, dass jetzt hier kein Verkaufsdruck durch die Reserven von der Luna Foundation mehr vorherrschen dürfte. Aber wie gesagt, komplett ausschließen kann man das nicht. Hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht. Es kann auch sein, dass sie einfach die Gelder verschoben haben, sagen, wir besitzen nichts mehr. Aber am Ende des Tages liegt es einfach nur woanders und wir wissen es einfach nicht. Aus diesem Grund hier diese Meldung auch mit Vorsicht genießen. Vielleicht gibt es da in Zukunft noch weitere Updates. Dann nochmal zur Erinnerung, als Gesamtblick für die Märkte, die wirtschaftliche Lage, mein Gameplan für 2022. Erster Schritt war es ja, dass die Notenbanken die Leitzinsen erhöhen und dann noch die Bilanzsummen verringern. Mit den Bilanzsummen verringern, das kommt ja erst noch, aber das Ganze wurde jetzt zumindest ja schon bekannt gegeben, wie das stattfindet. Und der zweite Punkt war ja dann, dass die Inflation hoch bleibt, beziehungsweise die Wirtschaft einfach auch der straffen Geldpolitik nicht standhalten kann. Und jetzt sehen wir immer weiter diese Entwicklung, vor allem was die Wirtschaft angeht. Da haben wir jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gesprochen, aber die Daten, die wir jetzt gerade haben, sind wirklich extrem. Wenn man einfach mal die Wachstumsprognosen sich mal anschaut, der niedrigste Wert seit Jahren, also sogar 2008 oder um die .com Blase herum, waren die Prognosen für das Wirtschaftswachstum höher als jetzt. Also ziemlich extrem. Das sieht man auch beispielsweise an den Einzelhandelsunternehmen wie Walmart oder Target, die größten Tagesverluste fast jemals. Also es ist schon sehr extrem, die Wirtschaft flacht ab, geht Richtung Keller und dann werden die Notenbanken wahrscheinlich sich dann auch irgendwann wieder überlegen müssen, um dann nochmal den Bogen zu spannen zum Gameplan, können wir die Leitzinsen wirklich so aggressiv erhöhen, wie es aktuell der Plan ist oder wie der Markt es zumindest jetzt gerade einpreist. Darüber hinaus sehen wir auch hier bei den Fundmanagern, das finde ich halt auch sehr spannend, dass die Cashbestände bei den Fundmanagern, das ist hier eine Umfrage der Bank of America, auf dem höchsten Stand sind seit 9-11. Also seit über 20 Jahren hatten die Fundmanager nicht so einen großen Cashanteil und hier zum Vergleich, auch da Wirtschaftskrise 2008, geringere Cashbestände als es jetzt der Fall war, auch hier der Crash im März 2020, da wurden die Cashbestände ja auch erhöht. Weil die Leute Angst hatten, weil die auch die Fundmanager Angst hatten, aber jetzt aktuell tatsächlich nochmal höhere Cashbestände, prozentual gesehen als die letzten 20 Jahre, wie wir es gesehen haben. Und das sind wirklich extreme Zustände, wo wir auch wirklich erkennen können, egal ob professionelle Investoren, egal ob Kleinanleger, das Risiko spürt man und so verhalten sich auch die Anleger bzw. auch die institutionellen Investoren. Und solange sich das halt nicht ändert, wird der Druck auf die Märkte so bestehen bleiben. Also genau das, worüber wir eigentlich jetzt schon seit Monaten sprechen, auch wo die wenigsten das auf dem Schirm hatten, mit der strafferen Geldpolitik vor allem, das zeigt jetzt seine Auswirkungen. Zum einen die schwache Wirtschaft, zum anderen die risikoscheuen Investoren, die wir jetzt gerade breitflächig sehen, egal ob auf dem Kryptomarkt, ob auf den traditionellen Märkten. Hier sieht man es sehr gut, dass die Cashbestände einfach so hoch sind und das ist wirklich ein Indiz dafür, dass wir in Richtung Punkt 2 des Gameplans gehen. Und dann hat man natürlich das Potenzial, dass wir dann irgendwann eine Gegenbewegung sehen, wenn diese straffere Geldpolitik einfach mal wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Wenn der Fuß von der Bremse genommen wird, dann werden wir wahrscheinlich den Turnaround sehen und das ist absolut jetzt noch nicht der Fall. Es ist noch ein bisschen zu früh. Wir sehen erste Aussagen von Notenbankmitgliedern, die sagen, ja ab September oder so müssen wir nochmal auf die Daten gucken und dann könnten wir vielleicht nochmal zurückrudern. Genau das, was wir uns vorgestellt haben. Irgendwann wird es kommen, ob es jetzt im September ist oder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Es wird nicht auf Dauer so bleiben, dass die Leitzinsen so hoch bleiben, weil das sehen wir ganz klar, die Wirtschaft wird das nicht standhalten und dann wird wieder auch ordentlich investiert werden. Dass jetzt natürlich nicht mehr alles mit Geld beworfen wird, sehen wir auch im NFT-Bereich. Bored Ape Yacht beispielsweise. Der Floorpreis ist um 50% gefallen. Hier gibt es auch den Chart dazu. Ihr seht es hier in blau dargestellt. Der Floorpreis war ja auf dem Höchststand bei über 50 ETH, jetzt aktuell unter 100 ETH gefallen. Immer noch eine Riesenmenge Geld für einen Bored Ape, für einen NFT. Aber auch bei den anderen, wie zum Beispiel CryptoPunks, ist ein Trend ganz klar zu sehen, dass es da stetig weiter nach unten geht. Und auch bei den weiteren, größeren NFT-Projekten hier genau das gleiche Spiel. Das wollt ihr euch auch nicht vorenthalten, weil man vor allem im NFT-Bereich meist nur Meldungen sieht, wenn aus einem Euro eine Million gemacht wird. Aber auch da sehen wir ganz klar die Entwicklung. Da stehen die Projekte auch unter Druck. Und das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Vor allem dann, wenn es wieder mal hoch geht, nicht dann wieder denken, ja, alle Projekte waren einfache Investments. Das sind sehr wenige Beispiele, vor allem im NFT-Bereich, die wirklich durch die Decke gehen. Und jetzt aktuell auch die großen, erfolgreichen Projekte ordentlich unter Druck. Kurzer Hinweis dann noch wie immer zu Blockpit, unserem Steuertool. Schaut euch das Ganze an. Aktuell immer noch 49 Euro für die Basic-Version. Und ihr bekommt auch noch 25% Rabatt, wenn ihr unten den Link in der Videobeschreibung benutzt. Also seid ihr dann bei unter 40 Euro. Da könnt ihr eure Wallets, eure Börsen etc. alles anbinden und bekommt dann einen Steuerreport, der auch wirklich rechtlich sicher und richtig ist, den ihr dann auch beim Finanzamt einreichen könnt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Falls ihr mich unterstützen wollt und die 25% mitnehmen wollt, nutzt den Link gerne in der Videobeschreibung. Vielen Dank dafür. Kommen wir zu den wichtigen Bitcoin-Daten, die jetzt vor allem auch während dieses Drops von heute relevant sind. Wir haben vor allem vor dem Drop sowohl auf den Spot-Börsen als auch auf den Future-Börsen wieder vermehrt Einzahlungen gesehen. Das seht ihr hier unten dargestellt. Und was mich auch noch ein bisschen vorsichtig stimmt aktuell, ihr kennt ja, oder die Leute, die jetzt auch länger die Videos schauen, kennt ja Exchange-Whale-Ratio. Da schaut man sich die 10 größten Bitcoin-Einzahlungen auf die Börsen an und setzt das im Verhältnis zu allen anderen Transaktionen auf die Börsen. Und wenn wir da einen hohen Wert haben, bedeutet das, dass vor allem die Wale sehr viel von den Bitcoin-Einzahlungen auf die Börsen ausmachen. Ich blende mich mal aus, dann seht ihr auch die aktuelle Entwicklung. Wir hatten vor diesem starken Abverkauf, wo wir auf unter 26.000 US-Dollar gefallen sind, auf einigen Börsen, genau die gleiche Entwicklung, über 90%, das ist hier bei CryptoQuant, der Schwellenwert, der historisch betrachtet immer relevant wurde, wenn dieser erreicht worden oder überschritten worden ist. Wir hatten in dem Fall knapp 92% Exchange-Whale-Ratio, und aktuell sehen wir wieder so einen hohen Wert, der liegt bei knapp 91%. Also die Wale haben wieder einen großen Anteil daran, was auf die Börse gerade fließt, was Bitcoin angeht, und das ist historisch gesehen ein schlechtes Zeichen. Das könnte ein Verkaufsdruck durch die Wale kommen, weil sie jetzt hier ja einen großen Anteil davon ausmachen, was gerade eingezahlt wird. Aber so wie es eigentlich auch immer ist, und wie ich es euch auch immer sage, nicht nur aufgrund einer Metrik hier eine Entscheidung treffen, ich möchte euch das natürlich hier nicht vorenthalten, trotzdem muss man, glaube ich, auch jetzt keine Panik haben, dass wir jetzt hier komplett nochmal einbrechen. Das ist ein schlechtes Indiz auf jeden Fall, wir werden aber abwarten müssen, wie sich das Ganze, ja, herausspielt und wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Kommen wir jetzt zum Update des Bitcoin-Charts. Wir sind aktuell bei 29.000 US-Dollar, wir werden gleich auch auf die Liquidation-Heatmap noch gucken, uns angucken, wo die nächsten Liquidierungen stattfinden könnten. Was natürlich jetzt gerade passiert, ist genau das, was ich in den letzten Videos euch ja gesagt habe, genau das möchte ich eigentlich nicht sehen. Nach diesem starken Abverkauf hier runter, möchte ich hier nicht so eine bärische Konsolidierung sehen. Also wir pendeln uns jetzt hier genau in diese, oder um diese grüne Box an. Wir hatten immer wieder hier Bereiche, wo wir das hier angetestet haben, ein paar Mal drüber gekommen. Jetzt kämpfen wir hier mit dem unteren Bereich, aber wir haben jetzt hier nicht das gesehen, was wir sehen wollten, so eine V-Erholung. Das ist auch auf den traditionellen Märkten nicht gekommen. Und wir sehen jetzt hier diese Konsolidierung, wo wirklich auch wenig los ist. Das Volumen geht wieder runter. Und dadurch hätten natürlich dann auch die Wale, einfaches Spiel, wenn sie dampen wollen würden und den Preis irgendwie in Richtung lenken wollen würden, könnten sie es einfach machen, weil die Liquidität wieder dünner wird. Es passiert weniger. Die Investoren ziehen sich zurück, wollen teilweise auch an der Seitenlinie bleiben, wollen jetzt nicht eine Entscheidung treffen, weil wir jetzt in Niemandsland sozusagen sind. Den Drop gesehen und jetzt hier diese bärische Konsolidierung. Was aber natürlich auch noch spannend ist, ist die Liquidation Heatmap. Da können wir uns einmal anschauen, ab welchen Werten wir welche Liquidierung sehen könnten. Hier sehen wir ein großes Cluster bei etwa 30.500 US-Dollar. Da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich dann einen ersten größeren Short Squeeze sehen können, falls wir hier nochmal über die 30.000 US-Dollar kommen. Das wären akkumuliert über 1,5 Milliarden US-Dollar Liquidierung. Die werden natürlich nicht 1 zu 1 so liquidiert, weil auch einige Positionen vorher ausgestoppt werden. Das war vor allem noch vor ein paar Tagen andersrum. Wir hatten hier im Short Squeeze Bereich sozusagen keine größeren Cluster. Die größeren Cluster waren hier im unteren Bereich. Das heißt, die Punkte, wo wir Long Liquidierung hätten sehen können. Das ist jetzt ein bisschen anders. Sieht danach aus, dass jetzt vor allem in der aktuellen Bewegung wieder vermehrt Leute shorten und auch mit höherem Risiko shorten. Und da werden wir abwarten. Vor allem für Long Squeezes, dann wäre es natürlich gefährlich ab unter 28.000 US-Dollar. Dann könnten wir nochmal einen zusätzlichen Verkaufsdruck sehen, dadurch, dass die Long Positionen geschlossen werden müssen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das jetzt wirklich schon der Boden gewesen ist. Es sieht aktuell, wenn man mal ehrlich ist, natürlich würde man sich das anders auch wünschen, nicht danach raus. Es ist nicht wirklich Stärke zu sehen in den Märkten, auch nicht auf den traditionellen Märkten, wodurch auch der Bitcoin irgendwie nach oben gezogen werden könnte. Aber immer wieder solche Relief Rallys oder Bärenmarkt Rallys werden wir auf jeden Fall sehen, ob jetzt diese 26.000, 25.000 US-Dollar der Boden sind oder nicht. Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen anschauen. Das war auf jeden Fall der Content für heute, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und konnte euch einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr, lasst gerne hier noch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.